Und ich sage ehrlich, wie wir schwaben, ich habe keinen Bock auf so einen Sozialismus oder so eine linksgrüne Verbotskultur, alles. Man soll uns noch zugestellt, dass wir selber denken dürfen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin heute im Gespräch mit dem pensionierten Polizeihauptkommissar Norbert Zerr. Herzlich willkommen. Hallo. Anders gesagt, danke. Wir machen ja die Aufnahme bei Ihnen zu Hause. Danke dafür. Wir haben uns im Herbst des vergangenen Jahres schon mal unterhalten wegen Ihres Buches. Das liegt ja auch hier. Polizei im Fadenkreuz. Da haben Sie uns erzählt, was Sie aufgeschrieben haben. Mehr oder minder eine Alltagsberichterstattung, eine kritische über das Polizistendasein. Sie waren ja Polizist lange Zeit gewesen, auch im Personenschuss. Sie haben, glaube ich, damals auch den Generalbundesanwalt Rebmann beschützt, eine Zeit lang. Und dann sind Sie mehr oder minder in die Politik gewechselt, waren in Irrendorf Bürgermeister. Das gehört noch zum Schwäbischen. Das gehört noch zum Landkreis Zutlingen, ja. Ja, und dann waren Sie in Speichingen, auch im Schwäbischen, in der Bußgeldstelle, im Rathaus tätig. Ja, Waffenbehörde, Bußgeldstelle, Ordnungsamt. Genau, und zuletzt ab 1. Januar als Hauptamtsleiter in Fehringen-Stadt. Das ist Landkreis Siegmaring. Landkreis Siegmaring, das war der Untergang. Ja, das ist schnell zu Ende gegangen, nach rund fünf Wochen. Was ist da genau passiert? Ich kann es heute noch nicht genau erklären, was da passiert ist in dieser Kleinstadt. Ich muss mir einen großen Selbstverwurf machen, weil ich die Stelle angetreten habe. Der Bürgermeister war auch bei der Polizei vor etwa 20 Jahren. Und als wir beide zur Politik gewechselt sind, er Bürgermeister in Fehringen-Stadt, ich in Irndorf, haben wir uns so einen Erfahrungsaustausch betrieben. Und es ist vom Typus her ein sehr, sehr netter Typ. Also gerade wahrscheinlich Gegensatz zu mir, ich bin leider manchmal sehr emotional. Aber ich nenne die Dinge beim Namen. Und dieser Bürgermeister hat einen Hauptamtsleiter gesucht. Meine Vorgängerin ist auch Bürgermeisterin geworden, was nichts Ungewöhnliches ist. Ich habe aber viel zu spät erfahren, wie es dort mit dem Personal vor sich geht. Und auch diese Bürgermeisterin. Die hat da auch Probleme bekommen. Die hat auch Probleme gehabt mit ihm, wie ich später erfahren habe. Und sehr große Probleme. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Und dann hat er gesagt, Mensch, bewirb dich doch. Und dann schmeißen wir den Laden. Normalerweise, in unserem Alter, bekommt man immer Absagen. Wir sind vielleicht fachlich qualifiziert. Aber bei der Polizei heißt es immer Alter, Dummheit und Gewicht. Machen wir vielleicht beides. Oder alles zusammen. Alles, alle drei. Alles zusammen. Und dann habe ich gedacht, warum nicht? Das Amt an sich ist sehr, sehr interessant. Der Bürgermeister hat gesagt, ich bereite alles vor für dich. Nein, ich war der Meinung, das wird er wieder Absagen geben. Weil in der Regel nehmen sie Fachhochschüler frisch von der Fachhochschule. Aber es hat geklappt. Aber es hat geklappt. Und das hat er auch, ich sage es mal so, gut hingetrickst. Sein Gemeinderat, die stehen wohl in Spur alle. Obwohl ich später mitbekommen habe, dass doch einige kritisch ihm gegenüberstehen. Und dann ging es los. Das war am 1. Januar dieses Jahres. Im 1. Januar, also die Bewerbungsszenario war im November. Und ich habe gesagt, ich fange gleich an, gehe gleich ins Ding. Und er hat mir gesagt, wir müssen gleich die Wahlen angehen. Er hat null Ahnung von den Wahlen. Ich habe gesagt, kein Problem, ich mache das. Er soll mich nur arbeiten lassen. Er hat eine sehr, sehr junge Kämmerin. Also Kämmererei ist Finanzverwaltung. 26 Jahre. Und bei uns damals war die Kameralistik, also Hin- und Herschieberei mit der Finanzen, was man, ich sage es jetzt einfach mal, der Bürger blickt da überhaupt nicht durch. Und jetzt hat man umstellen müssen auf die Doping, also Bilanzierung. Also die Schulden kommen mehr raus und so. Und vielleicht bin ich zu altmodisch, aber ich finde, junge Leute sollten ans Geschäft herangeführt werden. Also ich bin mit 30 Jahren in eine Führungsposition gekommen als Dienstgruppenführer. Ich war, wie gesagt, beim Personenobjektschutz, damals in Stuttgart, da hat man nicht lange gefragt, ob du das willst oder nicht. Ich war sieben Jahre im Streifendienst, wo ich als Dienstgruppenführer gekommen bin, hat mir keiner mehr erklären müssen, was ein Verkehrsunfall ist oder so. Und es steht ja auch im Buch, die Begleitung des Todes war komischerweise immer, wenn ich eine neue Stelle angetreten habe, war ein tödliches Delikt. Und diesmal ging es ziemlich schnell zu Ende. Am 8. Februar kam eine Kündigung, mitten in der Probezeit. Was war denn die offizielle Begründung? Die offizielle Begründung war, der Gemeinderat, also man muss sagen, das war so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Ich vermute auch, diese junge Kämmerin, die hat dem wahrscheinlich den Kopf verdreht oder die leben wie ein Ehepaar. Sie hat ihm im Dienst die Haare geschnitten, was ich noch nie erlebt habe, so. Das glaubt mir auch kein Mensch. Aber ich habe es fotografiert. Der absolute Wahnsinn, ich habe das im öffentlichen Dienst noch nie erlebt. Ich habe es ein bisschen spaßig gemacht, die Fotos, damit sie nicht gleich spannen, was da läuft. Es hieß dann aber in der Kündigung, die Zusammenarbeit habe. Die Zusammenarbeit, ja. Und dann war es so, ich habe einige Dinge von dieser Kämmerin gebraucht. Und die hat sie nicht hergebracht, die Zahlen und so. Also ich muss, ich persönlich zweifle an ihrer Fachkompetenz und ein Gemeinderat, der auch kämmerer ist, schon 30 Jahre, der auch nicht. Ich habe da einige Dokumente, Sie haben da die Dokumente auch gesehen, wo das alles belegen, diese fehlende Fachkompetenz teilweise und diese Schwammerigkeit und so. Und ich bin trotz meines fortgeschrittenen Alters immer noch der Meinung, wenn ich irgendwo meine Arbeit angehe, will ich es recht machen. Plötzlich kam er und sagt, unangenehme Sache, er muss mir kündigen. Und dann habe ich gesagt, durfte ich mal den Grund erfahren, der Gemeinderat ist mit meiner Leistung nicht zufrieden. Da habe ich gesagt, ah, der Gemeinderat kann nach vier Wochen beurteilen, was ein Hauptamtsleiter macht. Wie viele Sitzungen lagen da? Eine Sitzung. Und zu der Sitzung muss man sagen, so eine spektakuläre Sitzung habe ich noch nie erlebt. In dieser Sitzung war eine Zuhörerin und die, da gibt es immer eine Frage, Viertelstunde für den Bürger, kann der Bürger Frage stellen. Ja, und die Bürgerin hat mich quasi attackiert, ob der Gemeinderat und Bürgermeister von meiner Vergangenheit wüsse, dass ich eigentlich so in die Richtung ein Rechtsradikaler sei, AfD-Sympathisant und so weiter und so fort. Ich bin selber aus allen Wolken gefallen. Ich wäre nie, weder ein Linksradikaler, ich habe diesen Linksterrorismus mitgemacht, noch wäre ich ein Rechtsradikaler schon aus meiner Familie her. Die haben genug gelitten unter den Nazis. Das ist, ich will, also ich finde da nichts dran. Mich kriegt man auch nicht auf die, aber ich erlaube mir, meine eigene Meinung zu haben. Und habe auch in der AfD mit einem gesprochen, ich bin weder Mitglied noch sonst irgendetwas, aber plötzlich bin ich AfD-Mitglied. Das habe ich gar nicht gewusst. Dazu muss ich etwas sagen, was ich weiß. Ich hatte das Buch ja gelesen für unser Interview im Herbst. Und da ist die ein oder andere Stelle drin. Da haben Sie sich zum Beispiel auch damit befasst, warum auffallend viele Polizisten zum Beispiel AfD-Sympathisanten sind. Das war eine Beschreibung aus Gesprächen aus dem Alltag. Genau. So, und jetzt zeigen wir mal die Zeitschiene. Sie haben eben gesagt, die Bewerbung war im November des vergangenen Jahres. Im Oktober, also wenige Wochen vorher, kam das Buch raus. Und verschiedene regionale Zeitungen haben das dann auch quasi als AfD-Buch verrissen. Die Neu-Rottweiler-Zeitung. Oberpeinlich wird es, wenn seitenweise Sätze im Buch stehen, die aus der Wahlwerbung der AfD kommen könnten. Oder die schwäbische Zeitung ZER habe ein Buch geschrieben, das auch den Titel in Anführungszeichen Bitte wählt die AfD tragen könne. Das ist schon erstaunlich, denn es gibt im Vorwort des Buches, oder das Vorwort des Buches, hat Boris Palmer geschrieben, ein Grüner, der Oberbürgermeister von Tübingen. Und der hat über das Buch gesagt, das Buch von Norbert Zer ist für mich ein wertvoller Diskussionsbeitrag zu einem Thema, das wir dringend angehen müssen. Man muss sich den Urteilen und Wertungen nicht anschließen. Selbstverständlich kann man den Autor und seine Thesen kritisieren. Aber man sollte sie nicht ignorieren oder pauschal abwerten, sondern als Erfahrungsbericht aus der Praxis ernst nehmen. Palmer hat das ganz sachlich betrachtet. Und dann kommt so was. Und dann kommt so ein Hammer. Ich bin da vollkommen einig. Der Boris Palmer ist einfach ein feiner Mensch. Und er hat mir auch geschrieben, was da passiert sei. Ich kann es nicht mehr erklären, diese Intrigen. Diesen Autor von der neuen Rottweiler Zeitung kenne ich sehr gut. Er ist ein Jurist, eigentlich ein sehr netter Mensch. Mir kommen gut klar. Ich war schockiert, wie er mich da darstellt. Von der Schwebischen Zeitung habe ich nichts anderes erwartet von diesem Schreiberling. Das ist ein Wochenblattschreiber. Ich persönlich nehme den nicht so für voll. Aber die Auswirkungen sind fatal. Selbst meine Familie wird angegriffen. Zu meinem Sohn hat jemand gesagt, ob er der Sohn von dem Rechtsradikalen sei. Ich denke, wo leben wir inzwischen? Also der berufliche Preis war schon hoch genug. Jetzt sind Sie ja im Augenblick arbeitslos. Ja, auch. Und es gibt auch nicht mehr. Es gibt auch keine Jobs mehr. Ich habe Testversuche gemacht, mich auf Stellen zu bewerben. Das ist aber hart. Ich muss eine Firma noch nennen. Da habe ich mich spaßeshalber beworben vor dieser Löbel-Affäre. Und Löbel hat seine Masken über die Firma abgewickelt. Und dort habe ich mich so als Art Fördner oder für Dokumentenmanagement beworben. Leider müssen Sie absagen. Ich habe auch gesagt, ich bin sehr flexibel. Immer, super, super, toll. Die gehen einmal in Google. Zerr, rechtsradikal, peinlich und was weiß ich was. Die alles lesen. Sehen Sie darin ein Muster? Das ist ja im Grunde, man sagt nicht, Zerr hat so oder so oder falsch argumentiert. Sondern man sagt, Zerr ist ein Rechter. Und damit ist er draußen. Also diese Identitätspolitik, die da betrieben wird. Ja, beispielsweise das Buch. Da sind Lebenserfahrungen von mir drin, wie der Polizeiberuf richtig wirkt. Oder was hinter diesem Beruf steckt. Und die Kritik, die Polizeibeamte üben, aber nicht öffentlich. Und die sind da drinnen. Und wir haben viele Polizeibeamte gesagt, sie wählen AfD. Ja, und das ist, das muss man sich doch Gedanken machen. Warum wählen die AfD? Aber die Leute, die mich jetzt kritisieren, die haben das Buch nicht einmal gelesen. Was haben Sie in dem Buch an zentralen Themen gehabt? Einmal natürlich, dass die innere Sicherheit bedroht ist. Ja, und das, das, also ich war bei genügend Einsätzen dabei, wo es also wirklich um Leben und Tod ging. Das hört sich jetzt ein bisschen geschwollen an, aber es war so. Die autonome Szene in Freiburg. Habe ich einen Stein an den Kopf bekommen. Wenn ich das Visier nicht unten gehabt hätte, wäre ich heute wahrscheinlich blind oder würde gar nicht mehr leben. Es gab auch mal eine bewaffnete Konfrontation mit einem Bankräuber. Mit einem Bankräuber, wo es knapp herging, erschossen zu werden. Und dann fragt man sich, wieso mache ich den Beruf überhaupt noch? Man ist der Fußabtreter von der Politik. Auch das ist im Buch deutlich gesagt. Und das kritisiere ich im Buch. Und jetzt muss ich erleben, ich rede ja mit vielen alten Weggefährten, dass die Razzien auf Kindergeburtstage machen. Also ich habe immer gelernt, die Verhältnismäßigkeit, der Einsatz der Mittel. Ja, und die Sache in Hamburg, die ist, ich fahre doch keinem hinterher, wo der Streifenwagen zu Schrott gefahren wird, weil einer die Maske nicht aufhat oder seinen Freund umarmt oder so. Aber ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Und viele meiner alten Freunde, Weggefährten sagen, was ist das für eine Polizei. Und das kritisieren wir. Und wir kritisieren auch diese politischen Beamten. Ich bin ja jetzt mit dem Lüttke, wir sind ja jetzt inzwischen weggegeben. Ich kenne den nicht, den Polizeipräsidenten von Hannover, meine ich, der von Pistorius entlassen wurde. Oder entlassen geht ja nicht, aber vorzeitig in Ruhe gestanden, versetzt, weil er, ich sage es jetzt einfach mal, sich kritisch geäußert hat. Das heißt, wir sind kein Einzelfall. Und das verurteile ich, weil ich bin ein Verfechter dieser Demokratie. Ich habe sehr, sehr viel von meiner Urgroßmutter gehört, was Kriege anrichten. Also, wenn die Völker aufeinander losgehen, Grün, Gelb, Violett oder was auch. Ich habe nie einen Unterschied gemacht. Ich habe immer versucht, den Mensch zu bewerten, ob der, egal welche Hauptfarbe, auch im Beruf. Und es wäre bei mir nie vorgekommen in der Dienstgruppe, dass irgendeiner in der Zelle geprügelt wird oder sonst irgendwas. Sondern immer konform behandelt, anständig behandelt. Egal. Ich habe mit sehr, sehr viel schwarz-afrikanischen Drogenhändlern zu tun gehabt. Aber das Grundgesetz war ja mal einfach eine gute Erfindung. Und jetzt wird das sogar von Brantl kritisiert, dass die Grundnäge... Ich sehe da nur noch ein System dahinter. Und ganz kurz, wenn ich das noch sagen darf. Der Artikel kommt, nachdem ich fünf Tage im Amt war. Der in der neuen Rottweiler Zeitung. Nein, in der schwäbischen Zeitung. Ja, warum hat er das nicht gleich geschrieben, wo das Buch rausgekommen ist? Jetzt sagt mir ein CDU-Mann, den ich gut kenne, ich habe ja noch Kontakt in die CDU, weil ich auch mal da gesagt habe, das war lanciert, die machen dich fertig. Was sagt Ihnen denn das, was Ihnen jetzt gerade selbst widerfahren ist über das große politische Bild oder das Großwetterbild? Meinungsklima, Meinungsfreiheit, solche Dinge? Das besorgt mich sehr, weil ich so langsam das Gefühl habe, dieses Land geht vor die Hunde. Wenn Freiheit, Meinungsfreiheit, wenn das alles auf dem Spiel steht. Und ich nehme nur mal das Beispiel Söder. Ich würde ihn jetzt nie mit Franz Josef Strauß vergleichen. Man kann nicht sagen, was man will, aber Franz Josef Strauß war für mich ein anderer Politiker, wie seine Enkel, wenn man so will. Aber Söder ist für mich, so wie es Seehofer gesagt hat, vom Ehrgeiz zerfressen. Den Leiter von einem Gesundheitsamt hat er entfernt, weil er zu deutlich war, die Politiker müssen sich mit der Kritik auseinandersetzen und die beste Lösung finden. Das machen sie nicht mehr. Die Parlamente sind überflüssig und das kritisiere ich im Bereich der inneren Sicherheit und im Bereich der Politik, weil ich war gerne in der Politik. Und dieser Bürgermeister, von dem ich maßlos enttäuscht bin, ich bin auf ihn reingefallen. Ich muss mich selber ärgere, ich mich erchadere mit mir. Warum war ich so blöd? Weil in Speichingen, die Stadt Speichingen hat einen neuen Bürgermeister gewählt. Gibt es für Sie eine Möglichkeit, rechtlich gegen die Entscheidung vorzugehen? Haben Sie das vor? Ich habe das vor, ja. Das lasse ich mir nicht bieten. Ich versuche das. Wird vielleicht nicht allzu viel herauskommen, weil ich das Vertrauen gesetzt habe, die Probezeit eingegangen bin. Ich hätte sagen sollen, nein, ich mache die Probezeit nicht, weil in Speichingen mit diesem neuen Bürgermeister, er ist auch bei der CDU, aber er ist ein sehr, sehr fairer Typ, sehr, sehr fair. Wir haben, obwohl wir sicherlich unterschiedliche Meinungen haben in einem oder anderen Punkt, aber er war immer fair, hat das Buch sich auch angeschaut, hat gesagt, Artikel 5 abgedeckt, meine Privatsache, man muss nicht einig sein, und so stelle ich mir das vor. Meinem neuen Chef habe ich dann das Buch sofort, die Artikel, alles, ach, das interessiert mich nicht. Der Schwabe, gell, aber er hat gesagt, er soll sich doch mal das Buch anschauen. Ja, gib es mir mal. Also habe ich es ihm gegeben. Es war schon der Unwille erkennbar, reinzuschauen. Ich bin schon eine Woche auf den Tisch gelegen. Dann hat es ihm seine Assistentin, also die Kämmerin, mir wieder kommentarlos auf den Tisch geworfen. Also er hat es nicht gelesen. Und dann kamen die ganzen Attacken, diese Presseberichte. Die sind alle gestreut worden im Landkreis Sigmaringen. Und ein CDU-Mann hat mir gesagt, das wird lanciert. Was hat es denn jetzt für die weitere Laufbahnplanung für Konsequenzen? Politisch ist der Weg zu in die Politik? Wollen Sie da überhaupt noch mal die Nase reinstecken? Also ich würde liebend gern wieder in die Politik einsteigen, aber nicht in diese CDU. Ich war mal in der CDU und eigentlich habe ich die CDU damals als, ich bin konservativer Einstellung, das ist nicht vernünftig. Aber heute, und ich bin, das sage ich offen und ehrlich, ich würde da wahrscheinlich wieder Kritik bekommen. Ich habe mich mit Angela Merkel befasst. lang viel über sie gelesen. Also von Demokratie hält sie wahrscheinlich nicht viel. Und so wie sie von dem System geprägt ist, das, mein Gefühl ist, das schlägt sich hier wieder bei uns nieder. Und ich sage ehrlich, wie wir schwaben, ich habe keinen Bock auf so einen Sozialismus oder so eine linksgrüne Verbotskultur, alles. Man soll uns noch zugestehen, dass wir selber denken dürfen. Und ich sehe aber momentan, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, der AfD Abgeordneter zu sein, weil das ist ja auch ein verstrittener Haufen. Die Werteunion könnte ich mir vorstellen, also Maaßen, sehr guter Mann. Dort gibt es einige gute, vernünftige Leute. Max Otte ist ja auch dabei. Ja, die Werteunion wird ja intern als Krebsgeschwür der CDU gesehen. Das Krebsgeschwür ist von Elmar Bock, der ewige EU-Abgeordnete. Ich war einige Mal in Brüssel und dort habe ich Dinge erfahren, dass sich die die Taschen vollschieben, die sind auf Sitzungen, wo sie nie waren und solche Dinge. Dass sie auch berichtet waren. Und alles bekannt mittlerweile, dass ein Politiker anständig bezahlt werden soll, ist keine Frage. Darf man aber sich so die Taschen vollschieben? Das Grundgesetz, Artikel 38, Sie sind ihrem Gewissen unterworfen. Ich suche verzweifelt nach dem Gewissen von diesen Leuten. Und ich bin eigentlich auch an der Politik gescheitert. Ich war ja im Landesvorstand der Kommunalpolitischen Vereinigung, wo auch tolle Leute dabei waren, mit denen ich heute noch Kontakt habe, auch Oberbürgermeister. Aber da fällt mir einfach der Mut, dass die sagen, so geht es nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt einfach wieder eine Richtung finden, unser Land stabilisieren. Und da gehört die innere Sicherheit genauso dazu wie die Freiheit und diese Corona-Maßnahmen. Wer kapiert die noch? Also ich nicht mehr. Sagt der pensionierte Polizeihauptkommissar Norbert sehr in diesem Interview. Ganz herzlichen Dank. Bitte.